Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 18. Juli. Eine IS-Rückkehrerin aus Mittelhessen wurde verurteilt, das erste Seefest am Ahrtalsee war ein voller Erfolg und ein neues Medikament gegen Übergewicht wurde in Deutschland zugelassen. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Verurteilung wegen Unterstützung von Terroristen Das Oberlandesgericht Frankfurt verurteilt eine junge Frau aus Mittelhessen zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren wegen Mitgliedschaft in der Terrororganisation Islamischer Staat. Das Gericht betonte, dass sie die Vereinigung von innen heraus gefördert habe. Zusätzlich wurde sie wegen Verletzung der Fürsorgepflicht verurteilt, da sie ihre kleinen Söhne mit nach Syrien genommen und dort den Gefahren des Bürgerkriegs ausgesetzt hatte. Als Bewährungsauflage muss die Frau 300 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten und wird von einem Bewährungshelfer betreut. Die Frau hatte sich bereits als Jugendliche für den Islam interessiert und lebte streng nach dessen Regeln. 2016 wurde sie zusammen mit ihren Kindern über die Türkei nach Syrien geschleust, wo ihr Mann ihres Kämpfer war. Das Gericht stellte fest, dass sie sich der Terrororganisation angeschlossen und aktiv mitgearbeitet hatte. Der Richter würdigte das reflektierte Geständnis der Frau sowie ihre Reue. Sie stehe kurz vor dem Abschluss ihres Studiums und lebe in stabilen Verhältnissen. Gute Nachrichten vom Ahrtalsee Das erste Seefest am Ahrtalsee in Bischofen war ein großer Erfolg. Über 1500 Gäste besuchten das dreitägige Fest, das mit einer Vereins- und Gewerbeshow, Konzerten und Aufführungen aufwartete. 31 Vereine und Gewerbetreibende präsentierten ihre Stände auf dem Gelände des Hotels Seehof. Das Seefest wurde mit einem ökumenischen Gottesdienst eröffnet. Verschiedene musikalische Darbietungen, darunter Posaunenchöre und der Chor der christlichen Gemeinschaft, sorgten für Unterhaltung. Schulen und Kindergärten präsentierten sich mit Programmen auf und vor der Bühne. Unter den Ausstellern boten Unternehmen wie Schmidt Holzbau und Biber Baustoffe interaktive Aktivitäten für Besucher, während die Feuerwehr Niederwaldbach mit ihren Einsatzfahrzeugen und einer Hüpfburg Kinderanzug. Der Modellflugclub Hohenahr beeindruckte mit seinen Flugmaschinen. Besucher konnten Vogelhäuschen bauen, eine Bibelseite nachdrucken, Kinder schminken, verschiedene Spiele genießen. Trotz regnerischen Wetters am Vortag sorgte die Sonne am Sonntag für gute Stimmung. Rettung von Lebensmitteln in Wetzlar In unserem Selbstversuch haben wir die App Too Good To Go in Wetzlar getestet, um Lebensmittel zu retten, die kurz vor dem Verfall stehen. Wir haben verschiedene Läden ausprobiert und uns Überraschungstüten gesichert. Bei unserem Test stellten wir fest, dass das Angebot von Tag zu Tag unterschiedlich ist und sowohl positive Überraschungen als auch kleine Enttäuschungen bereithalten kann. Im Vienna House bei Windham, Ernst Leitz-Wetzlar, erhielten wir warme Lebensmittel. Das Angebot im Restaurant Yangwang bestand hauptsächlich aus Fleisch und war für Vegetarier nicht geeignet. Im B&B Hotel konnte man sich seine Tüte selbst zusammenstellen, allerdings war die Auswahl begrenzt. Während der Test zeigte, dass das Retten von Lebensmitteln mit der App einfach und die Abholung problemlos war, gibt es auch Kritik. Einige argumentieren, dass durch die App weniger Lebensmittel an Bedürftige verteilt werden. Die App-Betreiber betonen jedoch, dass die geretteten Lebensmittel nur einen Bruchteil der insgesamt verschwendeten Lebensmittel ausmachen. Neue Entwicklungen im Ukraine-Konflikt Russland hat das Abkommen zum Export von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer gestoppt. Sobald alle Forderungen für die Ausfuhr russischen Getreides erfüllt seien, kehre Moskau wieder zur Erfüllung der Vereinbarung zurück, hieß aus dem Kreml. Deutschland hat Russland dazu aufgerufen, an dem Getreideabkommen festzuhalten. Vizeregierungssprecherin Christiane Hoffmann appellierte an den Kreml, eine weitere Verlängerung des Getreideabkommens möglich zu machen und diese Auseinandersetzung nicht auf dem Rücken der Ärmsten dieses Planeten auszutragen. Der Bauernverband sieht nach dem vorläufigen Stopp des Abkommens vorerst keine Engpässe auf dem deutschen und europäischen Markt. Anders sieht es nach Einschätzung von Experten in anderen Regionen aus. Laut des stellvertretenden Generalsekretärs des Bauernverbandes könnte eine längere Unterbrechung der Schwarzmeerroute zu Versorgungsengpässen im globalen Agrarhandel führen. Das ginge vor allem zu Lasten von Importeuren von Brotgetreide in Arabien, Afrika und Asien. Zum Abschluss eine gute Nachricht für übergewichtige Menschen, seit gestern können nun auch Ärzte in Deutschland das Apne-Medikament VEGOVI für Adipositas-Patienten verschreiben. Bereits seit eineinhalb Jahren ist das Medikament in Europa zugelassen. In den Apotheken wird VEGOVI voraussichtlich ab Ende Juli erhältlich sein, erklärt das Pharmaunternehmen Novo Nordisk mit Sitz in Mainz. Bei VEGOVI handelt es sich um ein verschreibungspflichtiges Medikament, das sich Patienten mit einer Art Pinsubkotan, also unter die Haut, selbst spritzen können. Zugelassen ist es für Adipositas-Patienten mit einem Body Mass Index, BMI, von 30 und höher sowie für übergewichtige Menschen mit einem BMI ab 27, falls diese gesundheitliche Probleme durch das Übergewicht wie Bluthochdruck oder Diabetes haben. Der Wirkstoff Semaglutid reduziert Studienergebnissen zufolge die Energieaufnahme und erhöht das Sättigungsgefühl. Außerdem kann sich zum Beispiel die Intensität von Heißhungerattacken mindern. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.mittelhessen.de Gude Mittelhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion die NewsmanagerInnen der VAM. Ihr erreicht uns per Mail an audio-at-vam.de ökない Azure Network gases Das Merkur am ividuell grü迦 das Man sitzt am REM